Hallo, ich bin's dein Onkel Argeil. Ja, heute gibt's wieder 7 days to die. Was wollte ich denn? Ich wollte doch... Ich hab keine Ahnung was ich wollte. Ah ja, ich wollte doch mal sowas herstellen. Okay, ich glaube, dann muss ich mal... So, dann setzen wir die mal hier ein. Und dann... Na... Machen wir mal nur ein paar... Dann... So... Okay... Natürlich... War mir klar... Das war mir klar, dass ich wieder rein renne. So... Dann setzen wir hier noch ein paar... Ah... Na gut... Vorerst reicht's mal... Genau, dann schauen wir mal hier rum... Ah... Genau... Da wollte ich doch auch... So... 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 Dann lauf ich halt... Jetzt lauf ich nochmal rüber... Ich hab... Äh... Ne... Meine Taschen sind nicht leer... Gut... Dann laufen wir doch nicht drüber... Sondern... Dann gehen wir erst mal... Ups... Hier rein... So... Ähm... Okay... 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 Was haben wir denn hier... Achso... Hier haben wir das drin... Dann kommt das hier rein... Das kommt hier rein... Ähm... Hier... Nehmen wir mal den Schnee ab... Dann kommen wir mal hier rein... Die kommen mal hier rein... Die kommen mal hier rein... Die kommen hier rein... Hm... Okay... Das kommt rein... Das kommt rein... Das kommt rein... Und... Das kommt rein... Jetzt muss ich erst mal was trinken, glaube ich... So... Hab ich hier... Ah... Genau... Da hab ich das reingelegt... Ähm... Okay... Gucken wir mal... Hier ist alles voll... Dann... Legen wir hier... Das da ab... Die leeren Gläser... Okay... 36... Moment... 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 Machen wir mal so... Ähm... Und dann gehen wir nochmal rüber... Und holen noch ein bisschen was... Äh... Äh... Ach... War das Richtige... So... Öh... Halt... Was schädig tun... So... 20 Uhr 18... Tss... 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 Was haben wir denn hier drin? Okay, das nehmen wir mit rüber. Erstmal, das nehmen wir mal mit rüber. Das, dann die leeren Gläser auf jeden Fall. Die Munition auf jeden Fall. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. So, was haben wir denn hier noch? Das da nehmen wir. Okay, das haben wir hier. Auch noch Bücher. Was haben wir denn da? Ah, Leather Timmy. Die nehmen wir mal mit. Die nehmen wir mit. Und die nehmen wir mit. Die da. Das Papier. So, okay. Okay. Ähm. Den Topf nehmen wir auch mal mit. So. Wo ist denn wir denn? Okay. Das hier. Das hier. Umwandeln. Ähm. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Die Sticks. Das. Das hier. umwandeln. So. Auf jeden Fall brauche ich die Pistole. Das hier kommt mit. Das hier kommt mit. Das hier kommt mit. Ich glaube den Rest lassen wir jetzt erstmal hier drin. Und dann laufen wir ganz schnell rüber zum Haus. Jetzt wird's fünster. Aber zum Glück gibt's im Moment ja noch keine Zombies. Die sind im Moment ausgerottet. So. Das haben wir alles schon. Gut. Stein. 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 Zack. 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 Und jetzt kann ich mir da oben dann nicht genügend Steine ab. Jetzt mal eine Fortsperrstel und ein, ja, Feuerchen. Äh, Kämpfeier halt. Ein Kämpfeier halt. Denn ich sollte schön langsam mal anfangen irgendwas einzuschmelzen. So. So. Okay. Hier schreit jemand. War denn hier drin dann auch mit? Sehr schön. So. So. Ups. Okay. Dann gehen wir mal rein. Ähm. Hm. Hm. Moment. Moment. Wir haben doch Gläser. Äh. Wann ist Ali? Ich bin. Ja. Ich bin. Ich bin. Ähm. Ähm. Und lecker. Njam, njam, njam. Lecker aus der Grußel raus. So. Den mal mitnehmen. Äh. Okay. 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 Was haben wir denn hier? Ah ja. Da kann man ja auch was reinpacken. Ich glaube da packe ich jetzt mal das Metall. Moment. Und. Wegen das Metallzeug rein. Äh. Ja. Bücher kann man hier reinlegen. Die Munition brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Das brauche ich im Moment nicht. Ah. Und jetzt. Picken wir mal ein Bett. Und. Noch eins. Und dann. Öp. Achso. Kann man. Mal hier eins hinstellen wieder. Zack. So. Okay. Dann. Ähm. Öp. Öp. Achso. Ich wollte. Hier rein. Kann man nämlich hier rein. Oh. Kann man nämlich hier rein. Ach. 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 Naja. Das lesen wir mal. Na. Also. Sehr schön. Ja. Jetzt. Brauchen wir ein. Kämpfeier. Ok. Öp. 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 Jetzt ist es finster. Öp. 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 Ich glaube da außen. Schleicht jemand rum. Ich glaube da draußen schleicht jemand rum. Öp. 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 Das gefällt mir nicht. Naja. Aber. Tag eins. Es ist ja noch armlos. da passiert im Moment sowieso noch nichts so, okay jetzt habe ich zwar eine Forge und zack und dann legen wir ja das hier rein dann kochen wir gleich mal ja das Wasser ab so da sind wir noch drin genau, das hier naja wir müssen es bitte auch hier rein, erstmal so ah, nur das 26 Steine na gut egal ach, das Waffenöl nehmen wir auch mal hier rein wie sieht es denn hier aus? also, okay hatte ich nicht das Crab Iron aufgesammelt ah, da habe ich das da drüben rein okay ah, hier das kann man mitnehmen das hier die 9mm Munition sollte ich ah, und hier mal noch ah, Unmengen Unmengen so, okay so, okay das hier das hier die Dosen so, wie sieht es denn aus? Crossbowballs crossbowballs machen wir mal 46 ah, okay okay und das kommt jeder und Klaus kommt mal hier rein so, morgen muss ich unbedingt gucken dass ich ah, hier werden dann Gläser drin gewinnen naja aber morgen muss ich unbedingt gucken dass ich Clay bekomme denn 11, 8 und da wären noch 16 Steine drin okay so dann machen wir doch nochmal ein paar Sticks genau ah, ja die Fieder so also nochmal Crossbowballs 16 Stück dann sieht die ganze Sache langsam schon etwas besser aus das Papier legt noch hier mit äh, ja okay okay zack gut jetzt können wir die Federn aber erst mal hier mit rein ähm machen nochmal Metal Straps okay und sie begegst mal wieder etwas reparieren wenn wir sie schon haben okay sehr schön dann noch mit hier rein gut ähm gut 6.58 äh sind sie mal hier drin okay okay da sind die Eier drin da ist Raw Pork drin äh bevor wir abhauen können wandeln wir einfach noch die ganzen Sachen hier mal schnell um und dann so dann können wir wenn wir dann äh Clay haben und die Fertsch machen und dann mal mit dem Einfälzen anfangen in na komm mach hier Nachhineh. Klingt gut. Hier da kann ich auch noch mal. Okay. Und das hier auch noch. Scrap Press. So. Das packen wir jetzt noch hier rein. Kommt hier rein. So. Gut. Was zum Essen. Ja, ist gut. Ist gut. Was haben wir denn hier noch drin? Ne, nehmen wir glaube ich die auch noch mit schnuppen. Jo, ist gut. So. Dann von hier. Das hier. Und dann. Ja. Jetzt. Gehen wir mal rüber. Äh. Okay. Die könnte ich eigentlich dicht machen. Die könnte ich eigentlich dicht machen. so. Ähm. Ja, ja. Passt schon. Na. Bescheid dunkel. Sollte ich besser das hier in die Hand nehmen. So. Gucken wir mal. Ein Baumstumpf. Leer. Na ja. Klar. Habe ich vorhin schon genutet. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ja. Das ist kling kling. Ich habe zwar die Benachrichtigung ausgeschalten. Aber anscheinend funktioniert das nicht richtig. So. Oje. Na gut. Dann. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Leer. Oh oh. Wen haben wir denn hier? Ja. Öh. 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 Okay. Was haben wir denn hier drin? Leere Gläser. Na toll. Nichts. Nehmen wir halt alles mal mit. Alles, was wir finden. Alles, was nicht magelfest ist. So. Dann. Was haben wir denn hier drin? Ah, zwei Kartoffeln. Ah, okay. Ja, ist gut. Ähm. Ähm. Ja, genau. Ich wollte zwar... Ich weiß gar nicht, was ich hier wollte. Ah, stimmt. Ich wollte ja eigentlich Clay sammeln. Häschen. Ähm. Hier. So. Was haben wir denn hier drin? Ah. Wo haben wir es denn? Äh. Wo haben wir es denn? da? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ja, toll. Faule Vögel. Ähm. Hm. Ah. Hier drüben müsste... Das müsste eigentlich Clay sein, oder? Okay. Na komm, ich mach halt hin, wer haben wir denn jetzt? Das ist gar kein Clay. Na super, das ist gar kein Clay. Ja, gucken wir mal. Hm, kommen wir mal hier rüber. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ah, okay, hallo. Oh. Halli, hallo. Ich kann hier schlecht mit der... Okay. Ah, genau. Und hier ist Clay. Gut, dann... Öh. Okay. Äh, okay. So. Das nehmen wir doch auch mit... Ähm, wo habe ich jetzt das... Ah, hier habe ich es rausgeschopft. Dann... Ja. Mit der Pistole ist Clay herausschießen. Ja. Ach, ja. Nehmen wir doch mal ein bisschen... Ja, ist gut. So. Ich sehe gerade, wir sind schon langsam wieder am Ende dieser Folge. Okay. Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Ja, ja. Ist schlecht. Ja, komm. Ja, komm. Ne. Ne. Rupen. Ne, komm her. Ey. Ja. Ist gut. Ist gut. Na, wo kommen denn jetzt alle her? Ne, komm her. Ja. Oh. Was haben wir denn jetzt? Ah, Hunger haben wir mal wieder. Ausnahmsweise. Äh, Durst. Moment. So. Na gut. Das war's dann wieder für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.